gamehacker 7777 und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal leute und leute es gab ein neues update in pkxd und mein freund ist dabei wie heißt du nimmer christian kenn ich nicht egal also hier ist das neue haus was es in neuen update gibt wir gehen mal rein ja eigentlich genauso wie im laufthaus aber nur ein bisschen geiler und die tür ist unten das war schon mal mit dem haus es gibt auf jeden fall neue farben für außen und dann gibt es noch sowas hier der super shop ist jetzt dahinter und hier kann man sich dieses haus kaufen und man kann sich neue klamotten kaufen das machen wir jetzt mal direkt für 300 jams ich heiße das einsammeln wir immer ab jetzt die hanschüsse geil also was gibt es noch neues auf jeden fall diese haus und diese dings ihr fragt euch jetzt wofür sind diese feige die zum roboter führen im roboter kann man jetzt autospiel und ein rebert spiel spielen zeige ich euch jetzt auch nicht verloren im ticket shop gibt es neue sachen überall neue sachen dann kann man hier spielen hier hier aber du hast ja noch ein und hier kann man auch spielen mach mal autospiel was irgendwas fehlt noch nichts an der christian fehlt neben mir ist gerade irgendeine so sagen ja ja dann habe ich dich mit jemandem verwechselt was hat so sein 1.0 2.0 3.0 4.0 doch das bist du und wo überhaupt was ist das auch das ist die neue box warst du so seine 4.0 oh mein gott oh mein gott hier ist die neue box ja neue box die box ich meine diese box ich meine diese box ich habe vergessen dass jetzt okay hier haben wir die neue box ich glaube das wird irgendwie so ein radien sein ja woher soll ich das wissen denkst du ich weiß alles das soll irgendwie bestimmt so eine mini statik sein guck mal du hast auch diese bar verpasst oha man kann hier bubble tea kaufen was muss mich kaufen was es gibt neue getränke oh mein gott oh mein gott schau mal das muss ich kaufen das und das und was ist das hier ist barrikanone dann gibt es das bubble tea minze was ist das ja schild und nein schild gelber schirm bummerang kann man die werfen dann gerade so eine bubble tea hier ist dieser normale bubble tea und dann trockenes kokoswasser und kokoswasser hol dir doch mal bubble tea nein mein rucksack ist voll ja boom was bringt das ach so ja jetzt ist leer ne okay auf jeden fall habt ihr jetzt alle neue sachen gesehen keine neue sonne die gab es schon seit dem sommer update war ich ja noch dabei nein da warst du schon weg und ich würde mal sagen das war es mit dem video wenn es ihr gefallen hat abonniere fängt den kanal und den von meiner schwester geht und meinen auch bis zum nächsten video tschüss 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 tschüss